Ja, was langt, ne? Eigentlich. Das macht doch immer tierischen Spaß. Das Auto macht witzig viel Spaß. Ja, das finde ich bei meinem noch nicht. Aber das ist Wahnsinn, wie die Kiste liegt, wie viel Grip der hat man. Das ist ja tausendmal schneller als ich. Das ist aber ja nur eine Sache, den mal irgendwo hinzugeben, zu sagen, mach mir ein verrücktes Fahrwerk rein. Ja, aber was das ausmacht, ne? Das sieht wahnsinnig viel aus. Die ganze Karre ist ja dann... Wie viel Leistung hat der Helm-Salmini? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den gar nicht. Achso. Bis jetzt hat der Zufall getroffen, der kam nur so schnell von hinten an. Ich wollte den vorbeigelassen. Nein, nicht wenn du den jetzt folgst, dass du dann mal Schwierigkeiten hast. Ach du Scheiße. Verschließt man sich beide? Ja, natürlich. Und ich bin dann verbunden, wenn das der Fall ist, dann lieber abreißen zu lassen. Ich bin ja weder im Förder noch bin ich im Selbstförder. Ja. 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 Was haben Sie an der Bremse gemacht? Nur Beläge. Ansonsten, die sind die. Durch ihre Bremse gibt es die Performance-Bremse wieder hoch. Wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Bremse zu schwitzen, muss man fragen, wie viel leistet man denn? So nach 220 PS sieht das auch nicht aus. Definitiv nicht. Die funktionieren auch sehr gut. Ja, wenn du da eher hoffentlich nicht auf dem Fahrwerk... Der Fahrwerk hat ja ein bisschen Aero auch. Ich bin mir sicher. Der fährt auch, glaube ich, die Letzas. Das ist der beste Reifen, ne? Wenn du einmal dahin gefahren hast, fährst du nicht wieder was anderes. Oh, nein, nein, nein. Oh, sehr gut gerettet, Alter. Oh, Junge, Junge, Junge. Sehr gut gemacht, Markus. Sehr gut gemacht. Oh, sehr gut gemacht. Das war ein Ding, das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Sehr gut gemacht. Ich habe uns schon hier reinfahren sehen. Glücklicherweise habe ich noch einmal kurz die Bremse gelöst und noch einmal vorbeigelenkt. Ja, ja, ja. Sehr gut gemacht, Markus. Wirklich sehr gut gemacht. Code Brown, ne? Ja. Ja. Ja, wenn der jetzt ein bisschen an der Scheiße gestanden hätte, hätte sie schon... Leck mich am Arsch mal. Konnte man aber auch nicht sehen, ne? Ne. Als ich die... Du hast ja gesehen, als ich die... Ja, 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 ja. Gelbe, völlige Flakke gesehen habe ich mich sofort voll auf die Abrelle zu retten. Deshalb, ich halte da auch immer ein bisschen Abstand... ...von anderen. Weil das ist... Ja, das ist... Wenn das in der Runde vorher passiert, weil er als Stephanie hinter mir war, wird er mir wahrscheinlich reingefahren. Ja, weil er zu nah gewesen wäre. Ja. Oh, das wäre fast... ... zum Aschen-Massen-Crash gekommen. Er leg mich am Arsch. Sobisar. Soll ich mir gleich mal die Vorderreifen angucken, wie wir jetzt in der Abbiebremsplan gleich gemacht haben, dass ich wegbehalten muss. Fehler, Stabilitätskontrolle, Fehlerreifen und Kontrollanzeige, das ist normal, das habe ich öfter in der Abbiebremse. um so 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 Sollte WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR